Willkommen Leute, heute ein weiteres ganz kurzes Video und zwar heute wollte ich euch Bescheid sagen, weil ich euch schon mal gesagt habe mit den ganzen Vitamin D Sachen, ja, dass ich euch Bescheid sage, wenn ich mit Vitamin D aufhöre und jetzt ist es soweit, es ist ziemlich sonnig und hell und ich sonne mich schon auf dem Balkon und draußen, Fahrrad fahren und so, bin oft draußen und von daher höre ich jetzt mit Vitamin D auf, okay, mein Vitamin D Zyklus ist jetzt offiziell heute beendet und das bedeutet, dass ich erst wieder im Winter anfangen werde Vitamin D zu nehmen, ich werde höchstwahrscheinlich ein anderes Vitamin D wieder nehmen, ich werde nochmal ums Rutschen, weil ich glaube, ich habe jetzt schon ein besseres gefunden und auf jeden Fall, wie gesagt Leute, Vitamin D ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, ja, gibt es zigtausende von Studien, die die positiven Vorteile belegen, aber es ist immer noch ein Isolat, ja, das ist ein isoliertes Vitamin, Vitamin D wächst nicht auf einem Baum, ja, von daher, das ist nicht, also Vitamin D Tabletten wachsen nicht auf einem Baum, Vitamin D an sich ist ja eigentlich natürlich, weil es wird, es kommt so gesagt durch die Sonne, es wird zwar erst im Körper gebildet, aber es kommt ja durch die Sonne, von daher, wollte ich euch Bescheid sagen für alle die, die, ich weiß, hunderte von Leuten nehmen das gleiche Vitamin D wie ich und, ähm, genauso in derselben Dosierung wie ich, von daher wollte ich hier Bescheid sagen, dass ich jetzt damit aufhöre, okay, mein Spiegel ist sehr hoch, ja, ich habe die letzten Tage, genau, bevor ich das vergesse euch zu sagen, ich habe die letzten Tage, ähm, eine ganze genommen, anstatt eine Hälfte, so die letzten drei Tage ungefähr, habe ich eine ganze genommen, um den Spiegel nochmal so ein bisschen anzuheben, ja, und ab heute ist dann vorbei mit Vitamin D Einnahme, es gibt jetzt nur natürliches Vitamin D in der Sonne und ihr kennt ja mein Zyklusvideo wahrscheinlich, wenn nicht, ich werde euch hier unten alle meine Vitamin D Videos verlinken und da, ähm, habe ich auch gesagt, dass ich aufhöre, weil ich, wie gesagt, das ist erstens ein Isolat, ne, äh, da kann man nie wirklich 100% sagen, es ist absolut in Ordnung, aber, ähm, wie gesagt, die Studien zeigen eigentlich, dass es, ähm, massivste Vorteile hat, von daher, ähm, zehre ich jetzt im Sommer von dem Vitamin D Spiegel, den ich mir im Winter angespeichert habe, okay, ich gehe mit einem hohen Spiegel in den Sommer, damit der nur ganz, ganz langsam und schwach abfällt und dann im Winter fängt er an, stark abzufallen, da fange ich dann mit Vitamin D an, um den wieder oben zu halten, so dass man ungefähr, würde ich sagen, immer über 40 Nanogramm pro Milliliter, ja, liegt und, äh, dann fährt man sehr, sehr gut, denke ich. Wie gesagt, mein Vitamin D Test Video kann ich euch hier unten auch nochmal verlinken, da kam raus, ich habe 62,5, ja, also mein Körper hat, äh, das Vitamin D ziemlich gut aufgenommen und, ja, 62, wie gesagt, 60 ist für mich persönlich, ja, ich habe meinen eigenen Referenzbereich für 60, 60 Nanogramm ist für mich der perfekte Wert und ich hatte 62, von daher ist das mehr als gut, ja, von daher wollte ich euch das, ähm, mitteilen, Leute, ja, weil, äh, viele Bescheid sagen und werde euch Bescheid sagen, die Dosierung wird sich auch wieder ändern und, ähm, ja, wir versuchen dann, also ich versuche dann was anderes, sage ich mal, ja, andere Dosierung, das wird eine höhere Dosierung sein, eine ziemlich stark höhere Dosierung, glaube ich, wenn das das Produkt ist, was ich gesehen habe, äh, ich werde es euch jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, ob es das, ähm, Endprodukt sein wird, was ich entnehmen werde, weil ich warte noch bis zum Winter, von daher, Leute, so viel dazu, Vitamin D ist beendet für mich und ich bin jetzt, so gesagt, Nahrungsergänzungsmittel technisch dann nur noch auf B12, ja, das wird auch, äh, für immer so bleiben, da nehme ich ja nur eine pro Woche, so eine Mini-Tab, ja, so, die sind so ganz, ganz klein und von daher, Leute, Vitamin D ist für mich hier somit abgeschlossen, okay, wir sehen uns dann, ja, für alle Leute, die mich nur wegen Vitamin D abonniert haben, sehen wir uns dann im nächsten Vitamin D Video, okay, wir sehen uns dann, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, bleibt gesund und geht raus an die Sonne, ja, Sonne verursacht keinen Hautkrebs, das entsprechende Video dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung und ansonsten, Leute, bis bald, gutes Wetter draußen, ich gehe jetzt auch in die Sonne, mich sonnen.